Da vor kurzem MW 2 2020 released wurde und damit auch die Story natürlich und ich ein riesen MW Story Fan bin und da ich das Game vor kurzem erst komplett durchgespielt habe, sogar schon zweimal, ist mir auch halt aufgefallen, dass dieses Game, diese Story von MW 2 2022 sehr viel Einfluss potenziell auf die Timeline von MW haben wird. Und da habe ich mich mal gefragt, was ist überhaupt die genaue Timeline von der COD-Story, also nicht speziell MW oder Black Ops, sondern der kompletten COD-Geschichte. Und nachdem ich da ein bisschen durchs Internet gesurft bin, habe ich herausgefunden, wie die Timeline tatsächlich aufgebaut ist und dass auch tatsächlich ein paar Spiele untereinander verknüpft sind. Und darum soll es heute in diesem Video gehen. In diesem Video erkläre ich euch die COD-Timeline bzw. Story-Timeline. Damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Fangen wir am frühesten Punkt der COD-Timeline an und das wäre Call of Duty World War II. In diesem Teil der Reihe befinden wir uns, wie der Name schon sagt, im Zweiten Weltkrieg und es geht hauptsächlich um einen US-amerikanischen Soldaten namens Red Daniels, der unter anderem in der Story, in der Kampagne, den bekannten D-Day an der Normandie durchlebt und im Verlauf des Games mit seinen Kameraden sich durch deutsche Truppen nach Deutschland vorkämpfen muss. Weiter geht es chronologisch mit dem letzten erschienenen Teil vor MB2 der Reihe und wahrscheinlich auch dem unbeliebtesten Teil, zumindest was den Multiplayer angeht, und zwar Call of Duty Vanguard. Auch in dieser Kampagne befinden wir uns im Zweiten Weltkrieg, aber eher Richtung Ende des Zweiten Weltkriegs. Wir sind mit einem Spezialtrupp der Alliierten unterwegs und sind dabei, Oberstgruppenführer Hermann Wenzel Freisinger, was das für ein Name, und sein Phönix-Projekt aufzuhalten bzw. zu verhindern. Dazu kämpfen wir uns durch viele echte Schauplätze der reellen Geschichte, darunter auch die Schlacht um Stalingrad. Der nächste Teil der Reihe wäre Call of Duty 2, nicht nur ein Spiel, was in einer älteren Zeit spielt, sondern tatsächlich auch eines der älteren Call of Duties. Und eines der Call of Duties, was ich persönlich tatsächlich nicht gespielt habe, aber so viel ich über Google herausfinden konnte, spielt man tatsächlich vier unterschiedliche Charaktere aus drei unterschiedlichen Ländern, die sich dann an verschiedensten Orten gegen die deutschen Truppen zu wehr setzen. Auch bei dem nächsten Teil habe ich die Story bzw. das komplette Game nie gespielt, und das wäre Call of Duty World at War. Ein ähnliches Spielprinzip wie bei COD 2. Hier wechseln wir zwischen den europäischen und pazifischen Kriegsschauplätzen und in beiden Regionen gibt es dementsprechend dann auch unterschiedliche Missionen zum Absolvieren. Zum einen müssen wir aus einem japanischen Gefängnis unseren Kameraden befreien und auf der anderen Seite sitzen wir dann in einem Scharfschützennest und helfen bei der Schlacht um Stalingrad. In Call of Duty, ja, der Teil heißt nur Call of Duty tatsächlich, sind wir weiterhin fleißig dabei, mit den Alliierten die Nazis zurückzuschlagen. Wie auch in den letzten Teilen schon tatsächlich. Call of Duty 3 lässt uns dann den D-Day nochmal durchspielen. Und das Ganze als Teil der französisch-kanadischen, polnischen, britischen und amerikanischen Armee. Und mit dem nächsten Teil kommen wir jetzt tatsächlich zu einem Teil oder zu den Teilen, mit denen wahrscheinlich die meisten Zuschauer und auch ich groß geworden sind. Denn als nächstes, Timeline-technisch, kommt Call of Duty Black Ops. Also Black Ops 1. In diesem Teil machen wir tatsächlich aber einen gewaltigen Zeitsprung und lernen tatsächlich auch schon viele unserer, ich nenne es mal, sympathischen Gesichter wieder. Da waren da zum Beispiel Alex Mason oder natürlich auch Sergeant Frank Woods. In diesem Teil der Reihe spielen wir tatsächlich storytechnisch hauptsächlich Erinnerungen von Alex Mason, die sich alle rund um die 60er Jahre befinden. Einen weiteren kleinen Zeitsprung, aber weiterhin in der Black Ops Reihe, haben wir tatsächlich Call of Duty Black Ops Cold War. Also das vorletzte Spiel, was rausgekommen ist. Und für mich persönlich auch das beste Spiel der letzten Jahre, leider muss ich sagen. Auch wenn es seine Macken hat, zumindest im Multiplayer, storytechnisch auf jeden Fall auch wie immer Bombe. In diesem Teil der Reihe befinden wir uns in der Zeit des Kalten Krieges und treffen tatsächlich auch hier wieder viele alte, bekannte Black Ops Gesichter. Und mit diesen Charakteren kämpfen wir uns dann durch tatsächlich historische, geschichtlich korrekte Schauplätze in historisch-geschichtlich korrekten Schlachten. Was mir nämlich an dieser Story auch so gut gefällt, nämlich dieser hohe Realismusfaktor, dass halt einige Missionen wirklich eins zu eins historische Ereignisse widerspiegeln, beziehungsweise wieder durchspielen lassen. Natürlich wird es hier und da kleine Änderungen geben. Es wird wahrscheinlich im echten Kalten Krieg keinen Sergeant Frank Woods gegeben haben. Vielleicht doch, weil das ist schon eigentlich ein Name der, na doch, in Amerika Frank Woods, doch. Aber ihr wisst, was ich meine. Und das gefällt mir an der Story, dass sie halt wirklich viele Missionen hat, die sehr, sehr realistisch sind. Und nicht halt so, ich nenne es mal abgefälscht in der Hinsicht, okay, diesen Charakter, den wir da getötet haben, der ist aber eigentlich in der echten Geschichte nicht gestorben. Und man kann in diesem Spiel auch Entscheidungen treffen, wovon ich ja ein Riesenfan bin in den Spielen. Entscheidungsmöglichkeiten, ob es jetzt sowas ist wie Until Dawn oder Paradebeispiel Detroit Become Human. Also das ist ja wohl das Paradebeispiel für ein gutes Spiel mit Entscheidungsmöglichkeiten. Ist hier in Cold War tatsächlich minimaler, verändert natürlich auch dann minimal die Story. Aber da es drin ist, finde ich es einfach super. Ich feiere diese Mechanik. Nicht viel später in der Timeline kommen wir zu Call of Duty Black Ops 2. Wahrscheinlich mit das beliebteste COD der Geschichte und das wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Hier spielen wir wieder Alex Mason und tatsächlich auch seinen Sohn David Mason. Und mit diesen beiden Charakteren begeben wir uns im Verlauf der Story tatsächlich dann auch durch zwei Timelines. In der Alex-Timeline haben wir dann die 1980er Jahre und seinen Sohn spielen wir tatsächlich schon ein wenig weiter in der Zukunft. Auch hier treffen wir wieder mal auf bekannte Gesichter. Und zwar Rutz und Hudson. Jetzt kommen wir in eine Richtung, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. Denn das, was für manche Leute Black Ops 2 ist, war für mich MW 2. Beziehungsweise überhaupt die Modern Warfare Reihe. Und da starten wir chronologisch mit Call of Duty 4 Modern Warfare. Hier spielen wir abwechselnd in den Jahren 1996 und 2011. Hier begeben wir uns als US Marine Jackson und dem guten alten SAS Elite-Soldat Soap in die Action. Auch den guten Captain Price bekommen wir hier in diesem Teil das erste Mal zu Gesicht. Ziel der Story ist hier das Aufhalten der Russen, beziehungsweise die Eliminierung von Imra Zakai. Und später auch dessen Sohn. Nun, einige Entwicklungsjahre später befinden wir uns in Modern Warfare 2019. Hier bekommen wir quasi erstmal eine Fanservice-Flut in die Fresse, was alte, bekannte Charaktere angegangen ist. Und diesen Fanservice bekommen wir tatsächlich durch Price, Soap und in diesem Fall tatsächlich auch noch Gas. In dieser Story bekommen wir dann noch Unterstützung von Pharah und ihren Leuten. Und mit diesen zusammen versuchen wir das Land Urzikstan von den Russen zu befreien. Wie auch sonst. Wir begeben uns wieder ein Spiel weiter und sind somit bei Modern Warfare 2, das OG-Spiel, angekommen. Und vorab möchte ich hier direkt erwähnen, das ist für mich die geilste Story. Also MW 2, MW 3, die geilste Story. Und das hat mich wahrscheinlich so, hat so meine Shooter-Karriere irgendwie ans Laufen gebracht. Also diese zwei Games waren somit die Spiele, die ich als erstes als Shooter-Spiele besessen habe. Und in dieser Kampagne sehen wir dann das erste Mal die Gesichter von Soap, Roach, Ghost und auch später Captain Price. Letztere müssen wir dann in dieser Story aus einem russischen Gulag befreien. Und haben dann somit das erste Zusammenkommen der Task Force 141. Der große Gegenspieler in diesem Teil ist der gute alte Wladimir Makarov. Aber auch General Shepard soll sich herausstellen, dass er doch nicht so der Nette ist, den wir eigentlich gedacht haben. Denn wir werden Teil eines Verrats, der wohl wahrscheinlich jedem Gamer, vor allem den, die MW lieben, wahrscheinlich jetzt noch das Mark in den Knochen zum Kochen bringt und wahrscheinlich eine Gänsehaut über den Rücken jagen wird. Aber unsere Rache wird uns in der Story nicht lange verwehrt. Die können wir dann Gott sei Dank auch ausleben. Und davon abgesehen ist wahrscheinlich MW2, hat wahrscheinlich die beliebteste und bekannteste Mission in der ganzen COD-Geschichte. Und zwar kein Russisch. Uff, einfach nur Gänsehaut diese Mission. Springen wir wieder etwas mehr in die Zukunft und sehen uns Call of Duty Ghosts an. Denn mit diesem Spiel kam wahrscheinlich mit unter das unbeliebteste Spiel der COD-Geschichte auf den Markt. Es hatte seine Fanbase, keine Frage. Es ist auf jeden Fall besser als Vanguard, würde ich sogar sagen. Und ich habe es nicht wirklich gespielt. Aber in der Story von diesem Game befinden wir uns im Jahre 2027. Und sind unterwegs mit einem Team gleichnamig des Spiels, und zwar den Ghosts. Mit denen wir mit leicht futuristischen Waffen gegen die Föderation kämpfen müssen. Und nein, nicht die Föderation aus Star Trek. Es gibt ein paar Rückblenden ins Jahr 2015. Aber das mitunter beste Feature in dieser ganzen Kampagne ist das Steuern des deutschen Sharephones Riley. Den nächsten Teil, der im Jahre 2043 spielt, den haben wir tatsächlich ganz schnell abgeknabbert. Und zwar Black Ops 4. Denn Black Ops 4 hatte keine Kampagne. Warum? Weiß ich nicht. Ich wusste es bis zum Recherchieren von dem Video tatsächlich selber nicht. Bin ich ganz ehrlich. Und das wobei Black Ops, beziehungsweise in dem Fall der Treyarch, sehr gute Kampagnen hinkriegt. Und das eigentlich immer. Zehn Jahre weiter in der Zukunft befinden wir uns in Call of Duty Advanced Warfare. Hier spielen wir US Marine Jack Mitchell, der sich gegen Jonathan Irons, gespielt von Kevin Spacey, durchsetzen muss. Und seine böse Machenschaften durchkreuzen muss. Denn dieser besitzt das größte private Militärunternehmen und schreckt auch von nichts zurück, um quasi seinen Profit zu erhöhen. Im nächsten Teil springen wir wieder weit, weit in die Zukunft. Nämlich ins Jahr 2070. Und zwar in Black Ops 3. In der Kampagne von diesem Teil geht es tatsächlich hauptsächlich um die Angst und den Kampf gegen die Übernahme der Menschen von den Robotern. Wodurch wir uns dann mit einem Soldaten der Black Ops, der tatsächlich auch kybernetisch verbessert wurde, begeben müssen. Und mit diesem müssen wir uns dann auch mit den Gedankenspielchen der CIA auseinandersetzen. Und nun kommen wir zum letzten chronologischen Teil der Reihe. Und zwar Call of Duty Infinite Warfare. Wobei wir in diesem Teil nie erfahren haben, in welchem Jahr der spielt. Aber da der Protagonist Nick Reyes auch in Schwerelosigkeit und mit Raumschiffen Kämpfe absolviert, wird es auf jeden Fall einiges in der Zukunft gespielt haben. So, und das waren jetzt alle Call of Duty Games in der chronologischen Reihenfolge und noch ein bisschen so die Story bzw. der Inhalt erklärt. Aber Moment mal, ich habe doch am Anfang des Videos auch von MW2 2022 geredet. Wo ist denn das in der Liste? Und genau deswegen packe ich jetzt noch ans Ende. Da ich mir nach Durchspielen der Kampagne von MW2 2022 auch nochmal die anderen Kampagnen von den MW-Teilen vor allem sehr genau angeguckt habe, habe ich da so einen leichten Verdacht, in was für einer Zeitlinie das ungefähr spielen kann bzw. muss. Denn ich bin zum Entschluss gekommen, dass MW 2022 irgendwo zwischen dem Ende von MW 2019 und dem Ende von MW2 im OG-Spiel spielen muss. Da, Spoiler Alert, am Ende von MW2 2022 Mark Harow erwähnt wird, wir aber noch keinen Roach kennengelernt haben und auch ein anderer wichtiger Charakter noch am Leben ist und außerdem General Shepard noch kein Messer im Kopf hat, muss der neue Teil auf jeden Fall irgendwo in der Mitte von MW2, dem alten Teil, spielen. Das ist kein bestätigter Fakt, dazu habe ich bis jetzt noch nichts gefunden, aber es ist für mich, macht es am meisten Sinn und es würde halt auch rein charaktertechnisch und storytechnisch am besten passen. Viele Leute sagen auch, dass die neuen MW-Teile mit MW 2019 und MW2 2022 auch eine neue Timeline quasi der MW-Reihe verknüpft wird. Macht an vielen Stellen eventuell Sinn, aber ich finde nicht an allen und so passt es für mich rein storytechnisch besser rein und sie haben ja auch nicht umsonst am Ende von MW2 2022 Mark Harow erwähnt, weil das ist eindeutig eine Verknüpfung zum alten MW2, offensichtlich. Ja, und das waren alle COD-Kampagnen chronologisch in einer Reihe aufgestellt. Auch ein sehr interessantes Video für mich, weil wie gesagt, nach dem Durchspielen von MW2 2022 war für mich so, okay, das war sehr gänsehautlastig und irgendwie muss ich das mal irgendwo verknüpfen, was ich jetzt mit diesem Video getan habe. Und wenn ihr jetzt zufällig hier seid und sehen wollt, wie ich das durchgespielt habe, direkt mal eine kleine Werbung an dem Rande. Und zwar auf dem Kanal Loops am Limit, mein zweitkanal, den ich zusammen mit einem Kumpel führe, habe ich dieses Let's Play gestartet beziehungsweise wenn dieses Video hier rauskommt, startet es wahrscheinlich im Laufe der nächsten Wochen. Also wenn ihr sehen wollt, wie ich mich durch die Story von MW2 2022 durchschieße, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Auf dem Kanal Loops am Limit ist aber hauptsächlich wirklich Gaming, Let's Play im Vordergrund. Also falls ihr euch weiterhin für Filme und Serien hauptsächlich interessiert, bleibt natürlich auch gerne hier. Und wenn ihr schon hier seid, lasst doch liebend gerne mal ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen und ihr würdet auf jeden Fall kein Video mehr verpassen. Und jetzt könnt ihr noch in die Kommentare schreiben, was ist eure Lieblings-COD-Kampagne, beziehungsweise was ist euer Lieblings-COD-Teil. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Dann höchstwahrscheinlich wieder auf derselben Couch wieder und bis dahin bin ich raus. Ciao. Ciao. Ciao.